Augen zu und wegducken, liebe Bundesregierung. Das ist jetzt der falsche Weg. Wissen Sie, was unser Problem ist? Dass die Ampel viel erzählt, aber nachher nicht in die Umsetzung geht. Und genau das ist die Frage, die wir hier in Deutschland beantworten müssen. Die Union hat vor 135 Tagen einen Deutschlandpakt zur Begrenzung der Migration vorgeschlagen. Und was ist passiert? Nichts. Die Vorschläge aus der demokratischen Mitte des Parlaments liegen auf dem Tisch. Seitdem sind vier Monate vergangen. Und das ist einfach zu langsam, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel. Und das muss jetzt ein Ende geben. Aber das Thema der Migration muss mit Sachlichkeit und mit Ordnungspolitik behandelt werden. Und dafür steht die Union in diesem Haus. Herzlichen Dank. Danke.